So, als nächstes möchte ich dir ja mal kurz zeigen, wie du deine Zielgruppe automatisiert erstellen lassen kannst. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDuo. Und zwar, du gehst hier oben auf Tools, gehst hier auf Zielgruppenverwaltung, gehst hier auf Benutzerdefinierte Zielgruppe, gehst hier auf Plus, Gemeinsame Interessen, Absicht, Zielgruppenname. Jetzt kannst du zum Beispiel aller Hochzeitsmovie-Besucher und dann kannst du hier oben reinschreiben, Personen, die Hochzeitsmovie besucht haben. Interesse, URL, jetzt gebe ich hier einfach oben diese URL ein, fiel die mir raus, geh auf Erstellen, aller Hochzeitsmovie-Besucher, ganz einfach. Jetzt werden automatisch alle Zielgruppen hier gespeichert, alle Leute, die auf dieser Webseite drin waren. Dankeschön für deine Zeit. Den Link zu meinem kostenlosen Leitfaden findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, möchte ich dich kurz bitten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach hier klicken. Dankeschön.